Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Solche Badezimmer finden wir zum Glück nur noch im Museum. Aber es könnte ja sein, dass Sie mit Ihrem Bad auch nicht mehr so ganz zufrieden sind. Darum empfehlen wir Ihnen doch mal einen Besuch im nächsten Go-Do-It-Yourself. Dort finden Sie nämlich sämtliches Zubehör zum Einrichten von Ihrem Traumbad. Und da dazu braucht es manchmal gar nicht so viel und es reicht schon, wenn man wüste und verkalkte Hähne durch eine dieser modernen Batterien ersetzt. Aber auch komplette und farblich aufeinander abgestimmte Badzimmer-Einrichtungen finden Sie in Ihrem Go-Do-It-Yourself und zwar zu überraschend günstigen Preisen. Und das Montieren ist einfacher, als man denkt. Herr Gerber, auf was sollte man dann schauen? Ja, bevor man an die Arbeit geht, sollte man nicht vergessen, den Halbtanen abzustellen. Da ist eigentlich alles kein Problem. Gut, also auf jeden Fall kommen Sie im Go-Do-It-Yourself natürlich auch noch genaue Montageanleitung über. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Erfolg beim Renovieren und nachher viel Spass beim Baden. Vom Bad in die Küche ist ein kleiner Schritt und auch in diesem Bereich macht Ihnen Go-Do-It-Yourself immer wieder interessante Angebote, wie zum Beispiel die Silverstone-Grossrundpfanne zu einem einmaligen Preis. Praktisch alles lässt sich darin zubereiten. Gesund, schmackhaft und energiesparend. Und dank der Silverstone-Antihaftbeschichtung kann nichts anbrennen oder ankleben. Sie können aber auch mal ganz auf das Kochen verzichten, zum Beispiel am nächsten Wochenende, und dafür ganz gemütlich bröntgen. Banago, das wertvolle Frühstücksgetränk, gehört auf alle Fälle dazu. Und das knusprige Roland-Pancocke-Weizenbrot passt gut zum Gerber-Doppelrahm-Käse mit dem unvergleichlichen Geschmack. Dazu gibt es eine von diesen extra fruchtigen Midi-Frutina-Konfituren. Oder zur Abwechslung den naturreichen Bienenhonig von Langnese. Und der Petit Chervé mit Himbeeren, Aprikosen und Erdbeeren ist der Lieblingsfrischkäse der Kinder. Etwas Besonderes Gutes gibt es heute auch aus der Studio-Hufe. Wir schalten um zum Coop-Rezept. Heute möchte ich Ihnen ein ganz besonderes Risotto zeigen. Ein Risotto à la Ticinese. Eine gehackte Zeeble und ein bis zwei Knoblauchzeichen im Anken glasig dünsten, den Reis dazugeben, ein paar Minuten mitdämpfen und dann mit Milch ablöschen. So, gut umrühren, das Ganze aufkochen lassen, Bouillon dazugeben und Wisswein. Sie wissen, Risotto braucht viel Flüssigkeit. Nochmals alles umrühren und zudecken. 15 Minuten lassen weiterkochen. Ab und zu umrühren und nach und nach den Restligen Bouillon dazugeben. Vor dem Anrichten, Gorgonzola in Würfel geschnitten und den Reis rühren. So lange rühren, bis der Käse wirklich verlaufen ist. Glauben Sie das Rezept? Es steht in der Coop-Zeitung dieser Woche und morgen der ganze Tag im Teletext, Seite 270. Ich wünsche einen guten. Das wäre es wieder mal gewesen für heute. Wir bitten Sie jetzt noch um die Aufmerksamkeit für Coop-Aktionen. Und hoffen, dass wir Sie nächste Woche wieder bei uns begrüssen dürfen. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt schöne Erika Grazilis im Top für nur 3,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop «Midi Ravioli alla Napoletana» statt 2,90 für nur 2,30. «Midi Gastronom Ravioli alla Bolognese» statt 4,40 für nur 3,40. «Rexona Dusch», «Creme» oder «Sport» statt 3,95 für nur 3,25. «Backdusch», «Sport» statt 3,60 für nur 2,90. «Doppeldusch», «Sport» statt 3,95 für nur 3,15. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Coop Himbeersirup statt 3,50 für nur 2,90. «Herr Döpfel Palma» 2,5 Kilo nur 2,10. Auf Wiedersehen!